Moin Leute und was geht und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Produkttester. Heute ist wieder ein Gewinn angekommen und was das ist möchte ich gerne mit euch zusammen schauen. Ich weiß es selber nicht genau was es ist. Erstmal, ich glaube das war schon der Gewinn, aber erstmal hole ich den ganzen Verpackungsrott hier raus und schaue mir jetzt den Gewinn an. Es ist ein Kugelschreiber und so wie der aussieht ein hochwertiger Kugelschreiber, er ist zwar klein, aber ein feiner Gewinn. Ich schaue mir an wie guter Ohr, da schreibt der richtig gut, also ich würde gerne diesen Kugelschreiber nicht verlosen. Kleiner Spaß am Rande. Ich behalte ihn natürlich, der ist sehr schön und ich finde ihn ganz gut und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Mit dir dieses Video! Tschüss! Vielen Dank.